Tchakka! Rosalie! Ein Modell von der Firma Seibel in Blau. Ein ganz hübsches Modell, das wir auch jedes Jahr immer wieder nachkaufen und immer wieder anbieten und es wird immer wieder gekauft. Das heißt also, er gefällt von der Form, er gefällt vom Aussehen und es ist einfach ein Schuh, der hübsch gemacht ist. Schaut es euch mal an. Das ist wirklich toll. Wenn man mit den Zähnen ein bisschen Probleme hat, kann man das so ein bisschen kaschieren hier und das ist auch so eine Sandale, mit der man echt mal ein Stück laufen kann. Also nicht nur vom Auto nach Hause oder zum Einkaufen, sondern auch richtig mal ein bisschen mehr laufen. Kann ich empfehlen, ist gut verarbeitet, kommt von der Firma Seibel aus Haunstein. Über Firma Seibel habe ich ja schon einiges erzählt. Ich kenne ja auch ein paar aus der Familie und das sind richtig gute, gediegene Schuhhersteller und ich kann die Ware empfehlen. Findet ihr bei mir im Laden, kommt gerne rein.